Musik Musik So, und ab! Und hier geht's wieder ins Jahr 1982. Heute geht's um einen rätselhaften Hund und die große Frage ist, wer steckt da dahinter? Das werden wir natürlich aufklären, aber, liebe Freunde, keines kann ich euch sagen. Es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Mysterien in dieser wunderbaren Folge. Und denen muss ich zum Glück nicht alleine auf den Grund gehen, denn auch heute ist der liebe Dida wieder mit dabei. Hallo Dida! Ja, grüß dich gut, Olli, grüß euch gut bei Pumuckls Sturschädel, liebe Leute da draußen. Ja, wir sind zurück, zurück vom Urlaub. Ich zurück aus Spanien, wieder hier in Salzburg in meinem gewohnten Aufnahmestudio. Freut mich sehr, weil die Qualität im letzten Podcast, die war ja echt zum Speiben, würde der meiste jeder sagen. Und Olli, es war nicht nur der Hall, sondern es war einfach auch ein anderer Mikroständer, ein dreibeinendes Mikro, war viel zu weit weg vom Mund. Und es ist einfach, weißt du, wenn es nicht in der gewohnten Umgebung ist, dann ist es schwierig. Aber du hast abgerissen und das in deinem Urlaub und du hast uns auch was mitgebracht oder eigentlich dir, aber wir dürfen partizipieren. Du klingst heute trotzdem, du nicht in die Blechbüchsen sprichst, ein bisschen anders. Hast du leicht eine Verkühlung mitgebracht aus dem heißen Spanien? Gibt es das überhaupt? Ja, leider war es in Nordspanien nicht so heiß, da war es sogar ziemlich verrenkt die letzten Wochen. Und da habe ich mir einen Schnupfen, ja, die da unter Schnupfen, könnte es heute heißen, habe ich mitgebracht. Aber ja, kann man nichts machen. Nichtsdestotrotz. Erst die, der macht Urlaub und jetzt die, der unter Schnupfen. Ja, Olli, und du zurück von London, oder? Du hast ja wilde Abenteuer erlebt dort. Also, eins könnten wir betiteln mit Olli und der rätselhafte Fuchs, weil du sitzt ganz gemütlich in der Airbnb. Wohnung hast natürlich, weil sie auch wärmer war, hast die Balkontür offen oder was nicht, oder die Terrassentür. Und auf einmal schleicht ein Fuchs in dein Zimmer. Das ist halt, weißt du, das ist halt London, ja. Großstadt, aber so groß, dass es nicht irgendwann einmal die Tiere wieder zurückholen, kann eine Stadt gar nicht werden. Ja, da hast du vollkommen recht, das stimmt. War eine sehr spannende Geschichte. Ja, lieber Dieter, wir verplaudern uns da schon wieder. Genau. Lass uns doch gleich jetzt in die Folge reinspringen mit unserer Vorbereitung, bevor wir dann uns um die Handlung kommen. Ja, aber Olli, hast du die heute denn mit irgendwas eingestimmt auf die Folge? Ja, selbstverständlich, selbstverständlich wie immer, und zwar dieses Mal mit der letzten Legende, mit der letzten bayerischen Legende, und zwar mit dem Gerhard Bolt. Und ich habe schon wieder so lachen müssen, das ist extrem witzig. Natürlich der Klassiker Nikolausi oder auch der Willi. Das ist alles so lustig, wenn er so voll ins Mikro einnimmt und plärrt. Das hat mich erinnert an den Anfang des Hörspiels, wo der Bubuklau voll schreit und plärrt, weil er halt meint, er kann da. Es steht bevor er auf diese geniale Idee des Wauwaus, des Bellens kommt. Olli, du als Tennis-Fan, horch dir mal an, gib mal ein auf YouTube, Gerhard Polt, Longline. Nein, es ist sehr witzig. Ja, spiel ihn halt Longline. Hör das an, mit dem Chrissy gemeinsam am besten. Ja, sehr cool, Gerhard Polt, großartige Legende, für mich nicht die letzte, aber du wirst dir schon was gedacht haben dabei. Aber Gerhard Polt. Die letzte ganz große. Die letzte ganz große, naja, man gibt da noch einen Helmut Fischer. Ja, aber den haben wir ja eh. Ja, lebt an. Das ist schau wie Schausputzl. Find man sich auch mal einfach zum Einstimmen. Da hast du vollkommen recht. Passt. Lieber Dieter, wir haben wieder Rückmeldungen bekommen, und zwar sehr, sehr viele. Dafür bedanken wir uns rechtartig. Und zwei habe ich mir herausnotiert, und zwar zwei Kommentare, die auf YouTube eingetroffen sind. Das eine ist der AdMikeWiperX. Und er schreibt, also, die Millie, dass der sie außertraut, während der Bummuckl aufpassen soll. Echt eine Frechheit von ihr. Na, pfui, Teibel. Die Millie soll sie mal schauen oder gleich mal besser heimgeigen bei derer Geschichte. Super Review von euch, und auch schöne Grüße, und auch schön, dass der Matthias von Motu Fanfiction dabei ist. Grüße an dich, Olli. Dieter, mit Doppel-T, gefällt mir sehr gut. Und Matthias, macht's nur weiter so. Ja, das werden wir machen. Natürlich machen wir weiter. Hat's denn noch mehr gegeben, Olli? Was spricht die Community? Genau, es gibt noch eine weitere, ein weiteres, einen weiteren Kommentar, ein Feedback, was erwähnenswert ist. Also, alle werden erwähnenswert, aber das erwähne ich auch, weil es auch wichtig ist. Denn es ist eine Richtigstellung, lieber Dieter, vom RaceFan94. Der ist uns ja schon bekannt, also liebe Grüße. Und er schreibt, hi, ich schon wieder. Das Cover ist nicht, also da reden wir jetzt von Pudding, von der Pudding-Folge. Das Cover ist nicht aus der Folge Pudding. Es ist eine Szene aus der Folge der verhängnisvolle Schlagrahmen. Es ist die Schüssel mit der Sahne. Eine weitere Szene ist auf dem Cover von Folge 7. Also, es ist eh die gleiche, das gleiche Cover, das wir heute auch nochmal haben. Also, dementsprechend, es ist sehr, sehr schwer zum Heraussehen, wenn man es weiß, dann ist es natürlich leicht. Naja, oder wenn man sich die Folge anschaut, da ertappt mich der RaceFan94 natürlich, weil ich schaue mir die, wie schon erwähnt, nicht immer vorher an. Und ich hätte mir gedacht, okay, eigentlich eine Schüssel und es wird darin gerührt. Das muss mit dem Pudding zu tun haben. Aber vielen Dank für die Richtigstellung. Ich kann mich natürlich auch erinnern, dass der Meister Eder auch Schlagrahmen oder einen Schlag, wie man halt bei uns sagt, geschlagen hat. Genau, so ist es. Ja, Dieter. Und dann haben wir natürlich, wie immer, das Lieblingszitat. Und da habe mir ich dieses Mal folgendes Zitat herausgeschrieben. Mal schauen, vielleicht haben wir einmal das Gleiche. Und zwar vom Bubuckl, vom Bubuckl das Mal. Meister Eder, schau, dein Bubuckl bellt wau. Er bellt, wenn etwas los ist, weil er im Bellen groß ist. Der Bubuckl ist schlau, drum bellt er wau, wau, wau. Ja, Oli, ich habe tatsächlich, also mein Lieblingszitat der Folge ist ein Gedicht von Bubuckl. Aber es ist, bin der beste Hund von allen Hunden, hab eine ganze Mark gefunden. Das andere ist einfach zu lang, Oli. Also kurz und präglant ist super, das taugt mir voll und das ist ein super Spruch. Ja, herrlich, herrlich. Wir werden feststellen, liebes Publikum da draußen, diese Folge, die sprüht nur so von Gags und von guten Pointen. Da werden wir einige haben, ja. Genau. Gut, Oli, hast du denn ein Infothema mitgebracht? Ja, das ist dafür dieses Mal sehr kurz und prägnant, weil, naja, wobei, so kurz ist es doch nicht. Ich fange einfach an, bevor ich das jetzt erkläre. Also, es ist ja so, die erste Information, das wissen wahrscheinlich auch nicht alle, das ist, dass die Folge bei der Radioversion mit Alfred Bankratz, Pumuckl will sich bemerkbar machen, heißt das ist immer das erste, die erste Information, ganz interessant und die haben wir uns natürlich beide angehocht und auch im Talk vorm Aufnehmen ein bisschen genauer drüber gesprochen. Die Folge ist von 1966 und unter anderem spielt da der Hans Stadtmüller mit und das ist der gute alte, also spricht mit, gute alte Schwertfeger. Wobei ich ihn jetzt nicht so rausgehört habe, also ich habe das jetzt erst im Nachhinein gelesen, ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, ehrlich gesagt, an die Stimme. Hast denn du gehört in Schwertfeger? Ja, ich habe mir das Infothema vorher ausgesucht und habe mir dann noch gedacht, äh, interessant und habe es dann aber leider wieder vergessen, wie ich die Folge gekocht habe. Sensation, aber mir ist auch nicht, mir ist auch nicht, mir ist auch nicht aufgefallen, tut leid. Ja, ja, so ist es. Er wird schon so ein Passant gewesen sein, ne? Er wird schon so ein Passant gewesen sein. Ja. Aber ich habe ja bei der Folge sowieso Stimmen gehört, die es nicht gibt, unter anderem. Richtig, ja. Weil wir haben im Vorfeld, wir sind ja transparent, wir haben im Vorfeld darüber diskutiert, ob ein, ob die, 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 die Dame, die da vorm Kellerfenster unter anderem steht, vielleicht die Katte der Bräune ist. Ich hätte mir nämlich gedacht, sie ist in jungen Jahren, 1966, also 15 Jahre davor. Vermutlich nicht. Oder noch länger. Aber vermutlich nicht, sagt der Dida. Aber da kann man ja nachher noch drauf eingehen, oder? Da können wir nachher noch drauf eingehen, genau. Ja, an der Stelle, ich habe, glaube ich, auch in irgendeinem Podcast, habe ich gesagt, auf dem Internet-Archive findet man die LP-Version mit Alfred Bongratz. Stimmt nicht, dort findet man die, eben diese Radio-Versionen. Sehr spannend. Oli, vielleicht geben wir mal den Link in die Shownotes, weil die sind tatsächlich noch anders. Also wir werden heute ein bisschen drauf eingehen, weil Oli, du hast die Radio-Version gehört und die MC-Version und hast dir auch die Fernsehfolge angeschaut. Und ich habe mir Radio-Version, LP-Version und MC-Version diesmal angehört. Und sehr spannend, ja. Teilweise nur Nuancen an Unterschieden und manchmal ganz, ganz orge Unterschiede. Kapital manchmal, ja. Definitiv. Ja, genau. Apropos TV-Version, sehr interessant. Also wie der Eder, da in dem Fall ist zum Beispiel einer der kapitalen Unterschiede, ist, dass der Eder dort den Butler trifft, den Butler von der Gräfin, anstatt diesem feinen Herrn. Ja, der Butler verliert den Handschuh und danach kommt er in einen Park. Also der Diener Jakob vom Schlossgespenst. Ja, 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 genau. Kommt er in einen Park und da kommt ihm ein Passant entgegen. Und bei dem Passanten handelt es sich um den Tricktechniker. Esteban Zayat, äh, Zaytay. Spricht man nicht so aus, ja? Ich habe keine Ahnung. Also verzeiht es mir, ich bin ja bei dem Aneinanderreihen von Buchstaben, das ist sowieso eine sehr schwierige Angelegenheit für mich. Und wenn es dann Z-A-J-T-A-I ist, dann hebelst es mir aus. Auf jeden Fall, der Typ hat einen roten Bart und so eine Baspenmütze auf. Schaut es da mal drauf, wenn es euch die Fernsehversion anschaut. Das ist der Tricktechniker. Und da später sieht man dann auch nochmal, da steht er auch in dieser Gruppe von Passanten, die da diskutieren. Nachdem ich jetzt gerade gelesen habe, dass der in Buenos Aires geboren ist, müsste man eigentlich Esteban Zayatay aussprechen. Aber bin ich mir nicht so ganz sicher. Ja, deswegen habe ich die. Voll schön. Na, sehr cool. Oli. Dann können wir noch ein bisschen über die Rollen reden. Genau, bei Cava müssen wir nicht sprechen. Haben wir auch schon richtig gestellt. Ja, reden wir über die Rollenbesetzung. Oli, lass mich gleich mal anfangen. Nein, weil wir orientieren uns ja an der MC-Version und du hast auch etwas mitgebracht. Aber in der MC-Version haben wir zwei interessante neue Sprecher, nämlich die Ilse Neubauer. Die Ilse Neubauer spricht eine Passantin und die Ilse, die mag ich ja sehr, sehr gern. Also sie ist 1942 in München geboren, ist eine deutsche Schauspielerin und in erster Linie als bayerische Volksschauspielerin bekannt. Im Rundfunk wie auch im Fernsehen. Und sie hat begonnen als Theaterschauspielerin, aber dann fast ausschließlich für Hörfunk und Fernsehen gearbeitet. Und insbesondere halt in vielen Hörspielen, in vielen Radiosendungen und im bayerischen Fernsehen halt seit 1973 im Komödienstadl. Oli, im Komödienstadl kennen wir bereits, weil gegründet durch wen? Komödienstadl. Richtig, durch den Olf Fischer. Genau. Genau, ich muss dir sagen. Nein, wirklich, ich muss es echt sagen. Okay, unser Installateur Lechner, beziehungsweise heute auch der Mann im Keller oder der Hausbewohner. Großartig. Also da sind sie alle zusammengekommen im Komödienstadl. Aber die Ilse Neubauer war auch in so beliebten Fernsehserien wie die Münchner Geschichten, Meister Eder und sein Pumuckl, kommt sie auch vor in der Fernsehserie. Irgendwie und sowieso Zeit genug. Peter und Paul, Polizeiinspektion 1, Wahnsinn, lauter Klassiker, oder? Und, und, unvergessen und laut Wikipedia auch ihr Durchbruch gelang ihr als Ilse Kugler, in Klammer Ilse Hasi, in der Reihe oder in der Serie Die Hausmeisterin an der Seite von Helmut Fischer und Veronika Fitz. Sie war nämlich die Ex-Frau vom Helmut Fischer, des Ilse Hasi. Große Empfehlung. Wunderschön. Große Empfehlung. Die Serie ist nicht immer gut und auch nicht immer lustig, aber sobald der Helmut Fischer und die Ilse Neubauer auftreten, ist es wahnsinnig, wahnsinnig geil. Ja, die Stimme habe ich nämlich mit der Katharina de Bruyne verwechselt. Naja, das werden wir nur eruieren, das wissen wir nicht genau. Das wissen wir nicht genau. Wir glauben es. Ja, und Oli, dann lass mich noch den Herrn Weiß, also die Rolle des Herrn Weiß in dieser Folge vorstellen. Das ist nämlich der Karl Tischlinger. Karl Tischlinger, am 7. November 1910 in München, Sendling geboren, gestorben 1983, auch in München, ein deutscher Volksschauspieler, ja, und auch ein Ensemble-Mitglied des Komödien-Status. Wie gesagt, da waren sie alle irgendwo, irgendwie dabei. Und er hat auch viele Nebenrollen in bekannten TV-Serien bekommen. Zum Beispiel König Bayerisches Amtsgericht und Der Alte. Und er war in der Serie Funkstreife Isar 12. Die sagt mir nichts, aber vielleicht die Münchner oder die Bayern da draußen unter unserer Hörerschaft kennen diese Serie. Auch sehr prägnante Stimme möchte ich meinen, der Karl Tischlinger. Genau, und sehr prägnant im Aussehen ist der Rolf Elling, weil der spielt mit, und zwar diesen extrem schrulligen Kunden in der ersten Szene, den Herrn Mitter, oder Mitterer. Fernsehserie, oder wo bist du gerade? Mitterer, der in der Fernsehserie, der den Regenschirm vergisst. Extrem witziger, schrulliger Typ, sehr groß. Ja, also eine interessante Information ist, der hat dann einen schweren Unfall gehabt und hat sehr lange auch im Rollstuhl, war in den Rollstuhl dann gefesselt. Und das Zweite ist die Roslmeier. Und das ist diese alte Dame, die eine Stimme hat, die überhaupt nicht sein kann. Also das ist total irre. Kann man auch noch mal kurz darauf eingehen. Also ich habe beim Schauen schon gedacht, das ist doch, was ist denn das? Das ist ja wie bei Knut Rider. Also so total überzeichnet. Oder wie bei einem Hill-Film, aber so schnotterdeutsch. Also es hat einfach nicht dazu gepasst. Und dann habe ich herausgefunden, warum das so ist. Und falls ihr euch da draußen genau die gleichen Gedanken gemacht habt, dann hört es jetzt gut zu, denn es ist leider so, dass die gute Dame bei den Dreharbeiten bereits 80 Jahre war und das Ende der Produktion nicht mehr miterlebt hat. Es ist dann 81 gestorben und es wird ja immer noch synchronisiert nochmal mit den eigenen Stimmen. Und das hat es nicht mehr machen können. Und das hat dazu geführt, dass ihr Part in der Serie, also in der Folge, sie spielt auch bei der 1. April-Spitz zum Beispiel auch mit und auf heißer Spur. Aber ich glaube, da ist es auch so, dass sie von mit dem anderen synchronisiert worden ist. Und zwar hören wir da in Anton Feichtner, der ja so dieses kauzige Krächzen sehr gut imitieren konnte und deswegen hat er sich dann gleich gedacht, ja, dann mach ich es doch gleich selber. Und dann hat der die einfach so satirisch synchronisiert. Ja, Wahnsinn. Also von einem Mann dann nachsynchronisiert worden. Ja, aber man hört es auch voll genau. Also es ist wirklich, ja. Aber wie gesagt, Mir reißt du ein bisschen aus da. So wie die Julia Fischer, eine weibliche Stimme, die ständig irgendwelche jungen Burmen spricht. Haben wir auch besprochen in unseren letzten Folgen. Aber wir sind ja schon darauf gekommen, dass in der Produktion von der Serie durchaus, ja, witzige Ideen gehabt haben und dem Klamauk auch gar nicht abgeneigt worden. Das haben wir ja zum Beispiel schon bei der Szene gesehen, wo die zwei Burmen vom Geschwentnerhof den Eder abholen. Natürlich. Genau. Und auch in dieser TV-Folge soll es zu einer sehr witzigen Szene kommen. Reden wir doch einfach über die Folge und reden wir dann, wenn es so weit ist. Genau, Oli. Weil, also auch der Meister Eder unterpumpen, die haben recht viel Gaudi miteinander. Und drum komme ich jetzt einmal zum Plot und erzähle euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, worum geht es denn in der heutigen Folge der rätselhafte Hund. Ja, der Meister Eder, der hat ein Problem. Weil seine Kunden, die vergessen dauernd Sachen in seiner Werkstatt. Schirme, Handschuhe, Hüte und so weiter und so fort. Und der Eder, der will seinen Kunden nicht ständig die Sachen nachtragen. Und da könnte der Pumuckl doch helfen, da könnte er sich endlich einmal nützlich erweisen, indem er den Meister Eder aufmerksam macht, wenn sowas passiert. Und sie vereinbaren dann, dass der Pumuckl wie ein Hund bellt, sobald er den Schreiner auf etwas aufmerksam machen möchte. Und das klappt anfangs auch ganz gut. Nicht wahr, Oli? Also im Kramerladen zum Beispiel, da bellt der Pumuckl, weil ein Markstück am Boden liegt. Oder auf der Straße, ein Makel. Oder auf der Straße, weil dem Herrn Weiß die Handschuhe runterfallen. Und hat der Pumuckl durchaus seine Erfolge damit. Aber als der Pumuckl dann dem Meister Eder für seine guten Dienste eine Schokolade abbringen will, da setzt er das Bell noch als Druckmittel ein gegen den Eder. Und wenn er kein Schokolade bekommt, dann bellt er so laut, dass alle Leute auf der Straße zusammenlaufen. Das ist eine Erpressung. Ja, unser Meister Eder, der lässt sich nicht erpressen. Der sagt, nein, nichts mit Schokolade. Und der Pumuckl, gesagt, getan, er bellt richtig laut und noch dazu aus einem Keller mit Lüftungsfenster zur Straße. Und ja, die Leute auf der Straße, die vermuten da einen eingesperrten Hund und wollen unbedingt die Feuerwehr zur Rettung des Tieres rufen. Und da, Oli, da greift der Eder ein und er sagt, nein, ich gehe der Sache zuerst mal auf den Grund und er bittet einen Hausbewohner, ihm den Keller zu öffnen. Und der Eder geht dann auch gemeinsam mit dem Hausbewohner runter und sie finden dann natürlich keinen Hund. Und als sich der Eder dann auch noch ein bisschen seltsam äußert, ja, ja, ich möchte unbedingt allein im Keller sein und so weiter, da wird es dem Mann zu verdächtig und er sperrt ihn kurzerhand im Keller ein. Eder ist verzweifelt, aber Rettung naht in Form unseres lieben Kobolds. Er stibitzt nämlich die Kellerschlüssel und lockt mit Hilfe einer Leberwurst sogar noch einen echten Hund in den Keller, damit der Meister Eder nicht so blöd dasteht, wenn er dann rausgeht aus dem Haus. Ja, und mit dem Hund am Arm geht der Schreiner dann hinaus auf die Straße, wo ihm alle Leute ob der Rettung des armen Hundes Anerkennung zollen, oder? So kann man das, glaube ich, sagen. Auf jeden Fall. Das ist der große Held, möchte ich fast sagen. Großer Held. Eine super Story, wie ich jetzt schon mal vorwegnehmen möchte. Und jetzt, Oli, schmeißen wir uns eine in die Analyse, in die Zitate und in die Kräste. Gaudi. Ja, danke für den wunderbaren Plot. Das ist genau das, was wir jetzt machen. Es beginnt in den Hörspielen mit dem Erzähler und es ist ja fast schon, es zieht ja wie ein Muster durch, dass diese Szene, die der Erzähler schildert, in dem Fall eben, dass eben viele Kunden Dinge vergessen, wie du gerade erwähnt hast, dass diese Szene im TV immer voll die schrulligen Typen sind. Ich meine, überstrapaziert ist das Wort vielleicht heute, aber da kommt es mir wirklich auch spezieller noch mal vor. Und es sind ja so Szene wie der Fischer zum Beispiel als Arzt, die erste Szene oder die Szene da beim letzten Mal mit dem Kochen vom Pudding mit der Schwester und so. Die sind wirklich immer sehenswert und dementsprechend schade, dass sie im Hörspiel nur erzählt werden, weil es könnte man natürlich auch mit Sprechern besetzen, aber ja, alles natürlich eine Frage der Kosten. Aber lass alleine die erste Szene so sehenswert bitte unbedingt reinschauen. Der Kunde wieder so ein kleines Holzhäuschen haben für seine Katze, damit sie sie verziehen kann und dann diskutieren. Jetzt kann ich mich daran erinnern. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es genau erinnert. Der hat auch so eine Melone auf, oder? Stimmt das? Oder? Eine Melone hat er, glaube ich, nicht auf. Jetzt hast du mich schnell gefragt. Nein, macht nichts. Also ich habe es nicht gesehen, wie gesagt, aber ich kann mich jetzt an so einen schrulligen Kunden erinnern. Er wirkt eher wie so ein Henker, so ein großer, dünner Typ, so ein Henker im Western. Naja, und die zwei in der Interaktion der Eder und dieser Herr Mitterer, die sind großartig einfach, wie sie sich da so eininnerden und gleichzeitig dabei sich gegenseitig oder der Eder ein bisschen auf die Schippe nimmt. Großartig. Taugt mir sehr. Und er vergisst den Regenschirm. Ja, das passiert auch im Hörspiel und zwar da steigt sozusagen nach dem Erzähler der Meister Eder ins Thema ein und sagt halt, Pumuckl hier hättest mich nicht aufmerksam machen können und so weiter. Hättest den Schirm nicht einfach umschmeißen können. Also eigentlich muss man sagen, macht der Eder da den Pumuckl schon so zumindest einen halben Vorwurf und der Pumuckl kontert wahnsinnig gut. Finde ich super. Er sagt, naja, natürlich schmeiß ich es nicht um, das wird sonst kaputt und dann sagt der Eder Stimmt. Uli Anu, eine erste Referenz auf die Radio-Folge, Folge Nummer 5. Pumuckl will sich bemerkbar machen, wie du gesagt hast. Der Pumuckl ist in der Radio-Version viel ruhiger, viel nachdenklicher, die Stimme ist ja irgendwie tiefer und und jünger einfach auch. Man hört das schon aus, dass der Klarin einfach ein paar Jahre jünger ist. Also wir haben gesagt, zwischen 1982 und 1966, da liegen halt einfach zwölf Jahre dazwischen. Das merkt man natürlich auch in der Stimme. Trotzdem, Uli, ich habe kurz recherchiert und habe aber leider nichts gefunden. Also ich frage mich wirklich, ist die Stimme vom Hans Klarin vielleicht bei den späteren Hörspielen so ein bisschen gepitcht, dass man da die Tonhöhenänderung nur ein bisschen verstärkt hat, weil er klingt in den Radio-Versionen wirklich und auch nicht so schrill und nicht so und normaler. Genau. Das stimmt schon. Ich glaube, er hat ihn einfach noch nicht so verinnerlicht damals. Er hat sich noch nicht so getraut. Er hat sich noch nicht so getraut. Das stimmt. Er geht noch nicht, er überzeichnet ihn noch nicht so extrem. Aber das bietet auch Chancen, finde ich. Also dadurch macht er ihn auch ein bisschen natürlicher. und finde es sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Er ist halt 1966 ist er nur ein Rücksichtshans Klarin. So wie der Rücksichtspumuckl, weil das gefällt mir auch wahnsinnig gut. Meist jeder sagt, hast du jetzt nur aus lauter Rücksicht so gehandelt? Und er sagt, natürlich, ich bin ein Rücksichtspumuckl. Ja, er ist wieder großartig. Er haut auch schon wieder so ein wunderschönes Gedicht raus, zum Beispiel, der Mann, der hat keinen Hirn, vergisst jetzt seinen Schirm, jetzt ist er weg, Oschreik, Oschreik. In der Fernsehserie. In der Fernsehserie. Genau. Na gut, sie machen sich aus, dass er bellt. Und der Eder bereut sich nachher sofort wieder in der gleichen Szene. Das finde ich auch sehr, sehr lustig. weil sie machen sich das aus, bellen, okay, das wäre so schlecht und so. Und dann fängt der Pumuckl an, die ersten Szenerien schon zu schildern und der Eder sagt, was hält man da noch an dann? Naja, und vorhin, aber warte, vorher noch, also sie möchten ja einen laut vereinbaren. Also der Pumuckl macht den Vorschlag, er macht sozusagen ein Morssystem für Schirmhut, für Schirmunhut, und Hut, was auch sehr lustig ist, einmal piep, zweimal piep, aber jeder sagt, nein, wir brauchen einen laut, der Achtung heißt. Und der Pumuckl sagt dann, einen lauten laut, der Achtung heißt, und der meiste jeder sagt, ja, oder gib Obacht kann es auch heißen. Voll geil. Also ein Laut, der gib Obacht heißt, den vereinbaren sie. Und das ist das Bellen. Und Bellen, Oli, ist das wirklich immer so unauffällig, weil immer irgendwo irgendwelche Hunde bellen. Also ist das wirklich so unauffällig. Das werden wir ja bald sehen. Das werden wir in den nächsten Szenen herausfinden. beim Metzger, weil es kommt nämlich keiner den ganzen Vormittag und auch Mittag kommt keiner mehr in die Werkstatt. Und Pumuckl ist schon ganz nervös und deswegen geht er dann mit zum Metzger, weil da kann er das dann auch ausprobieren. Und da möchte ich die Radioversion Pumuckl will sich bemerkbar machen auch wieder hervorheben, weil da wird das extrem ausgeschlachtet. Also die Metzgerin ist sehr misstrauisch und Eder ist sehr nervös, der Braunkratz und es ist einfach nur wunderbar. Es ist wunderbar dieses Zusammenspiel, weil eben der Pumuckl sich wegen der Makel, die am Boden liegt, eben bemerkbar macht. Im Fernsehen wiederum findet er die Makel sehr schnell und sehen es ziemlich kurz und der Eder ist dann sogar so ein Machtschädel, weil er sagt dann ja da ist ja die Makel, da habe ich recht kurz in die Richtung. Ja und wie du gesagt hast, Oli, also der Braunkratz sowohl in der LP-Version, aber vor allem in der Radio-Version, da wird er ja ab der ersten Sekunde total nervös. Also da hat der Bell und das ist von der Straße und er wird voll nervös und da ist der Gustl Bayhammer viel cooler als er und genau und Oli, ich bin mir nicht sicher, ist er in einer Metzgerei oder im Kramerladen, weil der Eder kommt jetzt zuerst einmal rein und jeder setzt natürlich Prioritäten und sagt, ja, Packerl Zigaretten und da wurscht, ja mei, was nehme ich denn da, also oder damals, wer war es? Nein, nein, ich glaube, ich habe mich davon geschrieben, das habe ich einfach so in meine Notizen hineingeschrieben, Metzger, aber es ist glaube ich ein Kramer. das stimmt. Genau. Und was ja auch lustig ist, da verstolpern sie sich, also alle drei Meister Eder in Radio, LP und MC und im Fernsehen wahrscheinlich auch, wie er dann erklären will, es ist ein Marktstück glaube ich gefallen und darum ist dieses Geräusch entstanden. Ja, das Makel muss wem runter gefallen sein und darum hat es so gescheppert. Aber Herr Eder, es hat doch nicht gescheppert, sondern gebellt. Voll geil. Die eine Single ist sowieso voll geil, so wie jeder sagt. Ja, das war aber, nein, 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 das war schon ein Hund. Voll super. richtig, richtig. Eben, sehr misstrauisch, sehr, auch recht, taberisch, zu Recht natürlich. Sie lässt sie keinen Bären aufnehmen. Nein, überhaupt nicht. Und auch die Dame, die Kramerin in der Radioversion spricht, die sehr urig ist. Wahnsinn. Sehr cool, macht man voll. Du und Oli, wie unauffällig ist das Geräusch des Bellens jetzt in geschlossenen und, ich sage einmal, gut überblickbaren Räumen mit einer Tür, die zu ist. Also, das haben sie sich nicht überlegt. Weißt du, was ich immer da gedacht hätte? Deswegen, ja. Also, weißt du, was ein super Gib-O-Bacht-Laut wäre, der völlig unauffällig und natürlich ist? Jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, das wäre ein Furzgeräusch vom Pumuckl. Das wäre zwar etwas peinlich für den Meister Eder, aber passieren kann das natürlich überall. und ich sage einmal, wenn es dann hinterher nicht stinkt, dann wäre es ja erträglich. Da müsste halt nur sagen, oh ja, das war die Leberfurcht von gestern. Er sagte dann am Schluss, ich muss weg, mich bräsieren. Vielleicht hat das Wasser auch zum Furzgeräusch. Da hätte keiner nachgefragt. Da würden alle mal still sein. Da würde eh keiner was sagen. Das kannst du deinem Kobold sagen. So, Dieter, uns pressiert es auch ein bisschen, weil sonst werden wir wieder in Machtschädel Längen kommen. So viel haben wir ja gar nicht mehr. Nein, jetzt geht es weiter. Und zwar spazieren sie an einem wunderbaren Fluss entlang und da machen sie kurz Pause auf so einem Steg. Sehr schönes Setting, wo einer dann eben der Butler entgegen kommt. Herr Ederer. Ich muss schon wieder voll lachen. Und dem passiert genau das gleiche wie dem Herrn Weiß, dass er eben den Handschuh verliert, dass er draufsteht und dass der Bubmuckl wieder bellt. Wobei der Herr Weiß ist ja dann auch, finde ich, wie hast du das empfunden. Dem geht es ja dann sogar ein bisschen auf die Nerven im Ederseige Tour schon wieder. Das ist ja beim Butler zum Beispiel überhaupt nicht der Feuer. Und das ist auch nur bei einer Herr Weiß Version kommt man vor der Feuer. Genau, also wie wir C und er sagt ja, da kann man doch sicher mit einer stärkeren Brille nachhelfen. Es ist absolut skurril und sensationell lustig. Also liebe Hörerinnen und Hörer, herz euch das an, die Folge ist wahrlich, wahrlich, wahrlich lustig. Und zum Schluss sagt jeder noch, Herrschaft Zeiten, jetzt gibt doch Ruhe, gar nichts los ist. Und der Herr Weiß sagt dann so ganz ruhig und so ein bisschen nervös sind es fein schon, Herr Eder. Ein Hund war nichts für sie. Das ist einfach super. Also er nimmt schon vorweg. Also die Idee mit dem Hund ist einfach nicht gut für Eder. Es ist ganz feine Klinge, muss ich sagen. Das stimmt. Das ist echt ein Traum. Das stimmt. Auf jeden Fall. Und das ist einfach so schön, ich muss das immer wieder Hörspiel Reviews einfach schon so heraus gekommen für mich. Es ist einfach ein Genuss, wenn man sich sowas einfach einmal zweimal anhört oder ebenso wie in dem Fall verschiedene Versionen, weil dann lässt man sich einfach richtig drauf ein auf die Materie und streut es nicht nur so drüber und dann kann man das auch umso mehr genießen, diese Nuancen. Und kann einmal auf die Details achten. genau und das ist einfach schön und ein schöner Hommage dann auch an die Macher. Natürlich. Ja, Oli, aber der Pumuckl hat jetzt viel gebellt und Bellen macht Schokoladenhunger. Also das postuliert einmal und der meiste jeder sagt okay, 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 Bellen macht auch keinen anderen Hunger und der Pumuckl schlagfertig wie bereits erwähnt, das kannst du doch gar nicht wissen, weil du noch nie gebellt hast. Dann sagt der Eder, ja, aber Hunde, die immer bellen, die haben bloß Hunger auf eine Wurst und nie auf Schokolade. Dann sagt der Pumuckl, naja, aber Kobolde, die bellen, die haben eben Schokoladehunger. Also es ist sensationell, der Pumuckl hat in dieser Folge für alles eine Antwort und großartig. Ja Uli, und dann kommen sie auch zu einem Schokoladegeschäft. Wahrscheinlich wieder dasselbe Kraumerladen, aber naja. Ja, hast du da noch was zu erzählen? Gut, dass du fragst, lieber Dieter, da habe ich tatsächlich was zu erzählen, und zwar von der TV-Serie. Es ist so, dass wenn man da genau schaut, wenn sie dann so ins Schaufenster reingucken, dann sieht man rechts unten so eine Reflexion im Fenster und da erkennt man dann eine Person, die so blättert in einem Heft und man vermutet, das Internet vermutet, dass es der Regisseur Ulrich König ist, der da im Skript blättert und da den Part des Pumuckl spricht. Ein Goof. Absoluter Goof. Wahnsinn. Aber Oli, der Eder, wie gesagt, der lässt sich nicht erpressen, er kauft dem Pumuckl keine Schoko, aber eigentlich, also ich finde, er hätte den Pumuckl eigentlich schon belohnen können, weil bis jetzt hat ihm der meiste Eder auch zugestanden, dass er alles ganz richtig gemacht hat. Warum ist da der Eder so streng? Ja, er ist ein bisschen ein Sturschädel und hätte er ihm eine Schokolade vergönnt, dann wäre ihm vielleicht folgende Szene erspart geblieben. Ach ja, also du hast das eh schon gesagt, der Eder, das vielleicht noch vorweg, das ist nämlich noch ein zweiter Goof, der kommt nämlich nur bevor der Eder und der Pumuckl mit dem Keller zu tun haben und zwar wie sie da auf der Straße von der Konditorei entlang gehen in der TV-Serie kommt einer Dame entgegen mit einem Hund die hat so einen hellen Mantel an und zwar ein Dackel glaube ich und also auf jeden Fall ist es der Hund der dann später der Hund ist den der Pumuckl um das also du hast den Plot schon erzählt der Hund den der Bumuckl dann dem Eder bringt und das witzige dabei ist dass wie dann der Eder mit dem Hund aus dem Keller wieder rauskommt die vorhin erwähnte Roselmeier mit dieser verrückten Stimme mit dieser synchronisierten Stimme dass die dann den Hund als ihren wiedererkennt und das passt natürlich überhaupt nicht zusammen da haben sie wahrscheinlich ja nicht so viel dabei gedacht wie die das waren unterschiedliche Damen oder was das einzige könnte sein dass natürlich die alte Dame eine Hundesitterin hat oder eine Verwandte natürlich genau das kann das gemeinsam Spazierganger sie ist mit dem Rollstuhl abhorcht hat er mal Gas gegeben alles möglich aber sie sitzt in einem Rollstuhl der Herr Mitterer ja das sind die zwei Dinge die die in dieser Folge ganz interessant sind so als Hintergrund Information jetzt gehen wir in den Keller gehen ja jetzt gehen wir also der Pumuckl beginnt zu bellen aus dem Keller heraus und da laufen die Passanten zusammen beziehungsweise bleiben stehen und das sind in der in der MC Hörspielfolge möchte ich da herausstreichen also den Alexander Malachowski den wir auch schon kennen der diese alte bisschen nervige pedantische Stimme hat und eben die Ilse Neubauer die die Passantin ist die sie mit dem Meister Eder so anlegt und da habe ich mir überlegt Oli weil die Ilse Neubauer großartig in der in der Version in der Radio Version die Frau also genau die gleiche Rolle ich könnte mir vorstellen dass das die junge Ilse Neubauer ist horch dir das einmal an das würde mich interessieren deine Meinung weil sie redet gerade später dann so wie sie sagt der Herr ist echt außer bin mir aber nicht sicher genau und der Malachowski was mir bei dem taugt dass er eben auch da wieder so extrem pedantisch ist das kann ich ja echt gut so wie er gesagt hat nein das kommt aus dem Keller ja ich genau überschneidungen genau in der sekundar literatur genau und lass mich noch ein letztes sagen bevor wir in den Keller gehen Oli der Eder mischt sie natürlich ein völlig unnötig eigentlich weil er könnte ja einfach die Dinge sich selbst überlassen was kann schon Schlimmes passieren aber er rät wieder eine und er stammelt herum hat sich nichts überlegt ja weil der Hund ist doch schon längst wieder weg bis sie da unten sind völlig absurd wieso soll der Hund weg sein und er könnte ja eigentlich sich nicht darum kümmern und weg gehen aber das tut er nicht da will er nicht dass irgendwer zu Schaden kommt und wenn es ein falscher Feuerwehreinsatz ist genau er hat schon das Herz am rechten Fleck und genau das will er einfach nicht deswegen geht er natürlich ins Haus hinein und läutet an und es macht den wer auf und da kommen wir jetzt zum Keller Abteil Besitzer der natürlich auch in jeder Version erwähnenswert ist in der anderen Version hast du eh schon gesagt ist es der Alf Fischer und in in der TV Version habe ich jetzt nachgeschaut kann ich vielleicht nebenbei machen aber das ist ja ein unfassbarer crazy Typ sehr nervös jeder sehr cool muss man sagen in der TV Version und dann gehen sie miteinander runter also in der TV Version der erinnert mich ein bisschen so an den von Stromberg an diesen nervösen Tücken genau und wo jetzt auch nicht genau was heißt das müsste man alles aus den Ärmel schütteln können na gut auch wir haben unsere Lücken da stehen wir dazu auf jeden Fall sehr erwähnenswerte witzige Szene sind die im Keller unten und jeder verhält sich eben so auffällig und so merkwürdig und dem Kellerabteil Besitzer dem wird es halt dann irgendwann zu blöd und auch zu komisch und er sperrt den jeder ein und bevor er ihn einsperrt hat er in der TV Version also es gibt ja Wortgefecht und im Hörspiel hat er glaube ich ein Holz in der Hand sieh ich habe ein Holz in der Hand oder einen Holzprügel oder so komm uns mal nicht zu nahe und im TV hat er eine Leuchtstoffröhre in der Hand und diese Leuchtstoffröhre die macht auf einmal und dann leuchtet es und dann ist ein Lichtschwert was natürlich schon sehr crazy ist und dann zu allem Überfluss schaut euch das sehen wir genau an wie er dann das Abteil verlässt und zusperrt klemmt er die Leuchtstoffröhre in der Türe ein sie zerbricht und es gibt einen so einen Puff aber so wie also so wie bei den Zeichentrickfilme halt also einen eingezeichneten so wie bei Batman oder was genau so wie bei Batman ganz genau ja das jetzt werde ich mir tatsächlich zumindest die Szene anschauen ja eher so ein Trickfilm Element ja ein bisschen Spinner-Tanz-Fallschau der Ulrich König und seine Drehbuchschreiber naja Oli aber jetzt lass mich dir erzählen dir und unserem lieben Publikum wie das im im Hörspiel ist also bleiben wir einmal bei der Musikkassette Gustl Beierhammer und Olf Fischer der dort der Hausbewohner ist das ist eine Wahnsinnsszene und das ist mein Lieblingsdialog Nummer 1 in dieser Folge weil der Eder verrennt sie Vollgas ja also er vermischt die erfundene Geschichte dann mit der Wahrheit und er verwickelt sie selber und kommt nicht mehr außer und es ist sensationell bitte wirklich horcht es euch das an so ab Minute 19 20 oder so ganz ganz großartig der Eder sagt so ja aber ich will doch nicht dass die Leute die Feuerwehr rufen wo doch gar kein Hund da ist ja aber sie sagten doch gerade ja schon aber das hat nicht gestimmt und er sagt das echt schon so so weinerlich und verzweifelt der Gustl Bayerhammer das kennst von ihm sonst fast gar nicht also es ist wirklich herausragend aber wenn ihnen doch sagt dass ich einen Kobold suche dann glauben sie es mir auch nicht oder ach reden sie keinen Unsinn sagt dann der Olf Fischer und der Gustl ist einfach vollkommen verzweifelt und die Szene Oli die ist einfach eine perfekte und für Pumuckl Geschichten typische Verwicklung Verstrickung aus der jeder Allah einfach nicht mehr rauskommt das ist besser geht es nicht voll super zum Schluss fragt nachher der Olf Fischer ja wer der Pumuckl ist das ihr Hund nein das ist kein Hund und dann sagt er aber das ist zu viel bleiben sie ja stehen ich habe ein Holzscheit in der Hand und es eskaliert vollkommen es ist echt großartig wunderschön du hast wieder sehr viele Dialoge ausgeschrieben das ist einfach die war sie fast auswendig und die Musik Kassetten Version also von 1982 die ist wirklich da die beste also die ist viel besser als die LP Version und natürlich da ist es auch der Olf Fischer in der LP Version und auch viel besser als die Radio Version und ohne die Fernsehserie gesehen zu haben glaube ich auch dass sie besser ist als die Fernsehserie ja also dieses nervöse Spiel von Henry van Lick das ist schon sehr prägnant dann gut der hat übrigens zum Beispiel mitgespielt bei zur Sache Schätzchen ja geil oder viele 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 Auftritte im Film und Fernsehen gut lieber Dida ich habe zu der Szene dann eigentlich nichts mehr zu sagen außer dass ja der Eder wird dann kommt er wieder raus aus dem Keller durch diesen guten Trick vom Pumuckl durch diese gute Idee und der ja und also wir sind jetzt schon bei der Auflösung ja haben HWM Plot erzählt der Pumuckl lockt einen Hund an stebitzt die Kellerschlüssel und was da auffällig ist der Eder ist ja immer nur nervös und verzweifelt ja was sag ich denn und ja wenn ich jetzt rausgehe und so weiter und der Pumuckl ist abgebrüht hat für jede Sorge vom Eder hat er eine Lösung voll super wie der Eder sagt ja aber Pumuckl sieht doch keiner wenn ich dich auf der Hand raus trage und der Pumuckl sagt so mich aber du wirst deinen echten Hund hinaustragen also tatsächliche Umkehr der Pumuckl ist der der den Plan hat und der dem anderen aus der Patsche hilft und jeder ohne Pumuckl wäre da hoffnungslos verloren also gefällt mir da auch sehr gut weil ja es ist tatsächlich so ein bisschen so eine Rollen Umkehr er macht sich sogar sorgen dass die Wurst ja nicht unsichtbar ist wenn er es raus tragt und Oli vielleicht noch ganz kurz das ist das Format wo wir uns gegenseitig ins Wort freuen wir haben es in der ersten Folge bereits erwähnt das lieben wir weil der Eder sobald er auf der Straße ist ist er auf einmal wieder Bewohner ja sie wollten ja sowieso die Polizei rufen gängen sie dann nehmen sie den Hund damit sie den Weg nicht um sonst machen da ist er gleich wieder voll obendrauf der Eder richtig das ist vollkommen richtig und im TV geht das eigentlich ruckzuck also dann diese Szene und das wird ein bisschen mehr ausgeschlachtet als noch vorhin in der Radioversion also das ist super also ich mag die Radioversion wirklich sehr sehr gern weil da lassen sie sich einfach ein bisschen mehr Zeit teilweise weil sie einfach länger sind die sind oft 10 Minuten länger als die MC und TV Versionen 10 Minuten glaube ich das das mir aufgefallen also dass Eder natürlich dann wieder den abgebrühten abgeklärten Machtschädel und Stuhlschädel spielt Machtschädel in dem Fall und auch im TV gibt er der alten Dame in dem Fall nochmal richtig Stoff weil die hat davor am meisten Gas gegeben aber das gibt es sehr oft das ist ein wunderschönes wiederkehrendes Element dann sind wir am Ende angelangt ich habe nichts mehr Deckel drauf nochmal in die Werkstatt und ja Bellungs Verbots Gedicht hätte man noch aufgeschrieben das habe ich nicht aufgeschrieben weil es in der MC Version nicht vorkommt es kommt aber in der MC Version kommt aber vor dass der Sprecher dann am Schluss sagt Schokolade hat der Bumuckl dennoch bekommen aber erst am nächsten Tag weil Strafe muss sein also immer nur die Moral hinten also genau so ist es Bellungs Verbots Gedicht geht so ich darf nicht mehr bellen an gar keinen Stellen ich darf auch nicht heulen sonst kriege ich Beulen am Kopf und am Po drum schweige ich oh und bellt mal ein Hund dann halte ich den Mund aber kommt eine Sau mache ich wow wow völlig wahnsinniges Gedicht eigentlich ganz genau naja na dann sehr schön genau Uli dein Fazit na warte mal vorher eine Frage also noch nicht die Frage aber eine Frage die eigentlich an geeigneter Stelle stöhnen wollte aber ich jetzt übersehen habe warum heißt die Folge der rätselhafte Hund und nicht Pumuckl und der rätselhafte Hund naja das ist richtig das ist mir auf Pumuckl und der Pudding Pumuckl und weiß nicht das Segelboot ja alles was rätselhaft ist so wie der Geist des Wassers ist ohne Pumuckl nein weil der Pumuckl ja selber der rätselhafte Hund ist können ja nicht beide da sein das war sozusagen eine rhetorische Frage mit Antwort ich habe tatsächlich am Anfang auch drüber nachgedacht aber dann ist mir geschossen naja eh klar es ist ja nicht der Pumuckl mit irgendwas sondern es ist immer er der ist auch der Geist des Wassers eigentlich ja genau sind wir wieder einem Mysterium auf die Schliche gekommen ganz genau das stimmt ja also das falls ihr euch fragt welche Mysterien wir nur aufklären außerdem dann wisst ihr das jetzt und auch diese diese Goofs die habe ich eigentlich damit dass blätternde Regisseure im Hintergrund verstecken und auch genau und auch Frauen mit Hunden spazieren gehen die dann andere Frauen als ihren reklamieren reklamieren sogar na gut mein Fazit ist fällt sehr gut aus es ist ein kleiner feiner runder Plot der wirklich ja der nicht zu anspruchsvoll ist aber auch nicht zu 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 ein dimensional und ja im TV gibt es einige schöne Plätze und Orte an denen sie vorbeikommen das ist aber ganz nett man sieht was von München man sieht ein bisschen was von München ja genau kann man im Internet nachschauen wo die Plätze wirklich sind die die ganzen handelnden Personen die sind einfach wunderschöne individuell gestaltete mit Liebe gespielte Menschen und Personen die die einfach wo jeder für sich großartig ist fast schon wie die fast schon wie die Stammtischbrüder also Ersatz Stammtischbrüder möchte ich was sagen vom liebevollen her einfach meine Folge mit vielen Akteuren das ist nach den sehr spartanischen Folgen die wir zuletzt gehabt haben tut das auch mal gut so ist es also ich mag die Folge sehr sehr gern und sie kriegt von mir eine emotionale Acht sehr schön aber mit Hang zur Neu wunderbar ja mein Fazit also echt eine gute Geschichte und wie schon erwähnt einfach eine perfekte und Pumuckl typische Verwicklung aus der der Eder nicht mehr rauskommt und das macht einfach das macht Spaß und das lasst einfach viel Raum für schlaue Einfälle vom Pumuckl und für gute Sprüche und das ist hier wirklich perfekt gelungen in der Folge und die Folge war immer kurzweilig also es gibt keine Längen es geht echt immer Schlag auf Schlag immer neue Szenen viele Akteure und Dialoge und für mich der Dialog im Keller der war einfach genial und für mich das Highlight von dieser Folge ja und alle Sturschädel gab es wahrlich viele in dieser Folge also der Pumuckl war ein Sturschädel der Eder natürlich voll der Sturschädel und ja auch bei den anderen möchte man meinen dass die das ein oder andere Mal stur auf ihrer Meinung beharren gefällt mir gut und ja die Sprecher haben wir auch schon gesagt für mich die MC Version die beste gewesen besonders hervorzuheben für mich der der Olf Fischer und die Ilse Neubauer auf die bin ich jetzt gar nicht so eingegangen aber hört euch das an liebe Leute wie sie dem Meister Eder anlegt das ist auch super das ist echt gut und Gustl Bayerhammer formidabel für mich in der Folge also in in einem Satz Oli ist die Folge für mich ein Feuerwerk an Gags und Action das keine Wünsche offen lässt und darum kriegt sie von mir eine 9 von 10 also eigentlich kann ich nichts aussetzen aber für eine 10 von 10 fällt irgendwie so ein bisschen das legendäre es ist keine legendäre Pumuckl-Folge aber sie ist einfach perfekt gelungen ja super eine 9 vollkommen auch zurecht ja schreibt uns gern wie es euch gefallen hat schreibt uns auch wenn wir irgendwas gemacht haben was ihr vielleicht besser wisst wir werden das natürlich dann auch gern richtig stellen sind sogar dankbar wenn euch etwas auffällt was uns nicht aufgefallen ist und ja macht es weiter so das gefällt mir sehr sehr gut die Community wächst und wächst der Podcast ist super super auch am wachsen gleich mal super gestartet und das ist dann natürlich für uns auch umso mehr Motivation wenn wir wissen es gibt ein paar tausend Leute sich das anhorchen und damit es nur ein paar tausend mehr sind dass sie es schön liken und mit Daumen bewerten mit Sternen auf Spotify und was weiß ich was da es gibt die das wissen unsere Hörer schon ja genau Daumen habe ich schon gesagt glaube ich Sterne Daumen kommentieren interagieren passt schon aber vielen Dank vielen Dank an alle die uns hören und die uns auch schreiben ja also wie gesagt da freuen wir uns immer sehr yes und wenn es solche Sachen haben wollt wie Fotos oder Skripte das macht er weiter verstehst ja dann höre ich schon wieder auf auf jeden Fall sind wir auf Insta und auf Facebook so Ende Gelände und pass auf jetzt mache ich weiter weil Olli du hast ja nur einen anderen Podcast die linke und die rechte Hand des Podcasts der auch manchmal ganz interessant ist und natürlich nur einen großartigen Hörspiel Podcast mit mir gemeinsam über die Masters of the Universe Hörspiele He-Mans Machtschädel für alle Hörspielfreaks unter euch da draußen so aber jetzt genug der Werbung Olli meine Frage meine Frage an dich ich habe schon gesehen dass du schon wieder sehr stark auf die Fernsehserie konzentriert warst also wieder eine Frage um sicher zu stellen ob du auch das Hörspiel gehört hast Olli wenn dir eine Frau auf der Straße mitteilt dass die Feuerwehr ein Eichkätzchen weißt du also ein Orchkatzl gerettet hat was antwortest du ihr dann Antwort A ach reden sie doch keinen Unsinn Antwort B ein Orchkatzl schmoren ein Hund war gescheiter gewesen Antwort C ein Eichkätzchen das ist ja ganz was anderes oder Antwort D da hast du es sehr sehr leicht Antwort D Eichkätzchen Hund Hauptsache Wirbeltier Wahnsinn also da hast du es sehr sehr leicht gemacht weil das habe ich ziemlich witzig auch gefunden es ist Antwort C ja richtig ein Eichkätzchen das ist ja ganz was anderes genau habe ich auch sehr sehr witzig gefunden habe ich in der Analyse ausgespart weil der Eder der Gustl Wahnsinn er denkt einfach nicht nach er sagt einfach Eichkätzchen das ist ja ganz was anderes ach ja aber nochmal eine eine schöne ein schönes Beispiel für die für die Bredouillen in die sich der Eder immer ein manövriert genau sehr gut ja dann verabschieden wir uns ganz artig von unseren Hörerinnen und Hörern liebe Leute da draußen bleibt uns bitte gewogen hört wieder rein wenn in 14 Tagen die nächste Folge kommt von Pumuklus Sturschädel und zum Abschluss wie gewohnt die bayerische Wirtshausweisheit der Woche nicht mit den Gnädel schiessen zum Essen sind es dort zu Neugier going Untertitelung des ZDF für funk, 2017